ja moin recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play snow runner schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir werden hier die container jetzt gerade die fracht container erstmal bergen und so jetzt wieder kran modus zeit das ist einmal hier und ja läuft jetzt gucke ich mal ob ich den so hoch so hier drüber setzen kann dass ich den direkt dahinten drauf kriege heben senken ja dann müssen wir den und ganz wichtig ist dass wir ihn absolut gerade setzen weil wir haben jetzt dann sind dann maximum ausgefahren und da hebt es uns da hebt es uns schon vorne hoch oder da hebt es uns schon vorne hoch ja oder zumindest fehlt uns die kraft dass wir aber ich glaube ich glaube so geht's so moment jetzt müssen wir hier und jetzt das müsste doch eigentlich gehen dann schieben wir uns den schieben wir uns den hier einfach so drauf und dann gehen wir einmal hier raus sagen fracht verladen zack sagt mal wie findet ihr das ist das ist das eigentlich geschichte ist das geschichte dass wir dass man dann halt so ja sag mal so ein bisschen uncool da rein reinsetzt und dann halt einfach da auf fracht verladen drückt wie seht ihr das schreibt mal in die kommentare ich habe mich das letzte mal schon gefragt ich meine klar es gibt mit sicherheit welche die das sehr akkurat machen das kann ich mir sehr gut vorstellen es ist wieder ein kleines bisschen einen so hin und her erinnern welche tasten muss ich noch mal drücken es ist gut es ist gut es ist intuitiv also da kann ich nach wie vor ich habe das einmal von anfang an gesagt ich habe das einmal ganz am anfang gesagt dass ich das extrem intuitiv finde wie der kran funktioniert besser wie in im landwirtschaftssimulator und da bleibe ich auch dabei so entladen verladen und den kran wiederherstellen wo müssen wir den jetzt hinbringen zum hafen müssen wir das teil bringen darunter das heißt hier einmal lang hier einmal lang hier einem nein das habe ich gerade nicht ich drücke hier unten hin und da vorne erscheint dr ja gut however wie dem auch sei so jetzt kommt hier natürlich die entscheidung wie wie ist wie klappt das alles hier in der kombination reifen aktuell haben wir erst mal nur alle rad drinnen den lasten gang wir können ja mal direkt rein machen da merke ich jetzt gerade erst mal keinen unterschied wenn ich jetzt noch differenzial sperrere anmach ja so ein bisschen habe ich das gefühl dass es besser klappt also bis jetzt noch sehr sehr zufrieden es läuft oh ja die oh ja das hier ist ein guter punkt jetzt da sind wir ganz ganz am anfang immer ja meine güte da mussten wir uns durchziehen und durch quengeln damit das überhaupt irgendwie klappt mal gucken wie das jetzt so läuft ich fahre mal bewusst nicht jetzt nur durch den match aber ich weiß jetzt nicht wie der ob der so ziemlich kopflastig ist oder aber ich will immer nicht ich will immer nicht den tag vor dem abend loben ich sagte dann bleibt er plötzlich genau wenn ich es jetzt sage dann bleibt er nämlich stecken aber ganz am anfang sind wir hier nicht nicht mal ansatzweise ohne ohne seilwände durchgekommen jetzt habe ich ein anhänger komplett komplett voll komplett voll ja lief gut lief gut ich glaube dass hier ist zum beispiel so ein besseres ein besseres fahrzeug für alaska und co ne wie hier der bandit also mit dem bandit habe ich hätte ich das gefühl gehabt zumindest mit der mit den reifen nicht ich bin mir gerade nicht ganz sicher ob der bandit auch ganz normale reifen hat ich meine ja ich merke immer ihr wisst das immer alle alles besser wenn ihr wenn ich kann solche aussagen immer mache und dann in den kommentaren lese ich dann immer wieso der hat doch und Manche manchmal sind so ein paar schlauberger dabei ja die dann sagen was immer lustig Ich habe mir zuerst deinen tipps und tricks video angeguckt und jetzt gucke ich dich und denke mir Okay, du hast aber deine tipps und tricks auch selbst nicht hier bist du am anwenden Also erstens ja tut mir leid dass ich das manchmal auch vergesse Zweitens ist auch ein bisschen länger her dass ich diese gemacht habe und Drittens ich befasse mich halt mit dem thema in dem moment macht es Kann aber halt einfach sein dass ich das dann auch wieder vergesse also Ja Ist halt manchmal so Und nicht jeder tipp den ich ja euch gegeben habe ist ja auch ein tipp den ich für mich anwende Zu meiner verteidigung Direkt hier auf zwölf uhr Also Also Zack Oh wir sind neu aufgestiegen rang 21 sehr 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 cool Nice Jetzt muss man mal kurz gucken also hier hinten gab es jetzt nichts mehr Ich würde mich gerne um diese rohre große rohre Tja große nein großes rohre Könnte das sein dass das für großes rohre man ein 3 Das kann man nirgends wo kann man nirgends wo verfolgung starten großes rohre Krantruck empfohlen Also ein richtiger kran 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 Ein richtiger kran wird gebraucht für den Für der große rohre Ach komm Machen wir das doch gucken ob wir das da irgendwie hinkriegen und dann holen wir uns auch hier das ist upgrade Ich überlege nur gerade wie fahren wir Fahren wir hier über die tankstelle dann können wir auch noch einmal auftanken Ja So machen wir es Also ja ich weiß ich hätte jetzt hier hinten ist ein anhänger shop Und da oben ist glaube ich sogar noch ein anhänger da hätten wir eigentlich auch auftanken können Man könnte natürlich das hier sind ja der anhänger den ich hier hinten habe ist ja ein sogenannter hochlader Das heißt die ladefläche ist über den reifen dann gibt es noch ein den der der scout anhänger ist zum beispiel auch ein hochlader Und da gibt es noch ein tieflader und ein tieflader besagt auch einfach nur dass die ladefläche Unter also nehme ich unterhalb der reifen das natürlich schwachsinn Dass die reifen Dass die ladefläche tiefer ist wie der höchste punkt der reifen Genau ich glaube so so könnte man sagen Und das hat manchmal den vorteil Dass das hier mit dem anhänger mit der pritsche besser klappt Und Ich weiß es aber gerade nicht Ja doch doch der der eine lange der vier slot anhänger Der müsste Müsste so sein dass die pritsche hier von dem international Höher ist Wie die eigentliche ladefläche von dem anhänger Was eben zur folge hat dass er eigentlich dort nicht hängen bleiben müsste Aber Ja gut er hat das eigentlich gut gemacht Wir hätten das ja mal ausprobieren können jetzt am anhänger Bereichen Dann hätte ich eigentlich auch gleich einen großen anhänger mitnehmen können Ja okay Hätte ich wohl anders machen sollen müssen Also voll beladen sind wir hier in die eine Richtung gut rausgekommen Und jetzt nicht oder was Mal gucken ob wir hier durch den Schnee Mit den Ketten besser kommen Man müsste halt jetzt mal einen richtigen Test machen Ein und dieselbe Strecke Schauen Ich meine klar das ist nicht ganz so einfach Weil Ist auch eine Frage des Könnens des Fahrers Ja das ist auch ganz klar Aber einfach gucken Kommt der besser durch Ist dann wohl Der Test ist sehr subjektiv wohl Würde ich sagen Schlecht Klar du kannst es per Zeit messen Wie schnell kommst du von A nach B mit X Reifen Mit dem Reifentyp X Aber Ja Zahlen sind immer so eine Sache Also so In so einem Sheet und so Ich merke das ja auch Ich habe ja auch eine Zeit lang ein paar gemacht Für ein paar Modifikationen Für den Landwirtschaftssimulator Ist immer so eine Sache Aber dann Wenn man hier gerade in dem Spiel Wo es so viel auf So das Gefühl Fühlt man sich Kommt man zurecht mit dem Fahrzeug Klappt das immer alles Wie weit vertraut man dem Fahrzeug Dann Ist das schon Ein bisschen schwierig Dann da mit Zahlen zu kommen Weil wenn man dann sagt Ja Also für mich ist das Beste Fahrzeug Und jemand anders sagt Für dich mag das das Beste Fahrzeug sein Aber für mich ist das eben Überhaupt nicht Was willst du dann sagen Kannst du ja nicht sagen Ja Die Zahlen sagen aber Ist das das beste Fahrzeug Wird dir auch nichts bringen Musst halt zurechtkommen Das muss zu dir passen Wie risikofreudig bist du Und so weiter Oh man Wo wir damals hier durchgefahren sind Da leuchtete es rot Achtung tiefes Wasser Und Das war doch hier der richtige Weg Ne Ja Ähm Gehen hier mal aber in den Tag Ich hoffe ich habe wieder niemanden Geblendet Oh das hier ist eine enge Sache Differenzialsperre Differenzialsperre So Den Weg glaube ich hier Sind wir noch gar nicht gefahren oder Den oberen Daran erinnere ich mich noch Aber den hier unten Oh man Ich schaffe es ja aktuell Gar nicht mal so viele Folgen Aufzunehmen Und ich habe eigentlich ja Wirklich mal Jetzt ist schon wieder Wochenende Und ich habe schon wieder Eigentlich vor Viel aufzunehmen Wenn ich mir überlege Dass ich ja zeitlang Zwei Videos pro Tag Aufgenommen habe Wow Ich müsste mal gucken Wie lange ich das eigentlich gemacht habe Das war noch irgendwie Ein Monat oder so Und apropos Wir sind jetzt bei Das hier müsste Folge 97 sein Also Wir steuern der Folge 100 zu Aber ich wüsste jetzt nicht Also wäre jetzt von mir Nicht geplant Da irgendein Special draus zu machen Ich wüsste jetzt auch nicht welches Ich meine könnt ihr mal Kommentar unterschreiben Was ihr euch vorstellen könnt Aber Im Grunde Hey Oder vielleicht machen wir Abfolge 100 Mal für eine Woche Wieder Jeden Tag Zwei Folgen Wäre das was? Abfolge 100 Das heißt Für eine Woche Sieben Das heißt 14 Folgen In einer Woche Uh Das wäre Das wäre wieder Ganz schön knackig Aber cool Oh man ey Ehrlich Bock drauf Aber worauf man Lust hat Und was man schafft Zeitlich Sind halt immer Nummer zwei Dinge Sind immer nochmal Zwei Dinge Gibt es eigentlich Für den International Hier Ein Upgrade Vom Motor Ich glaube nicht Sonst hätte ich den doch Eigentlich dann gesehen Oder Als wir vorhin gekauft haben Stand dort nur Ein einziger Motor Drinnen Und nichts zu Und nichts irgendwie Von einem anderen Motor Aber nochmal ein Motor Wäre hier nicht schlecht Also nochmal so Ein Hauch mehr Hauch mehr Leistung Könnte der Durchaus vertragen Ja also dem Kollegen Übrigens hier Der gesagt hat Ketten sind auch gut Ich kann Zumindest dem jetzt Erstmal so nicht Widersprechen Ob jetzt andere Reifen noch besser Gewesen wären Müssten wir einfach mal So dahin stellen So also Es sieht schon mal Sehr danach aus Dass es nicht Naja Das ist definitiv Kein 2 Slot Das heißt aber nicht Dass wir es nicht Transportieren können Aber wir können es Dann nicht abgeben Ne Das ist wieder Das altbekannte Problem Wir können es transportieren Aber nicht abgeben Okay Jetzt muss ich aber Einmal kurz überlegen Was war dann Hier hinten Verwaiste Lieferung Offroad Schiebeplane Wollen wir das gerade Machen Dann holen wir den Da hinten raus Genau Dann machen wir das So rum Dann sind wir jetzt Hier nicht Umsonst Hierher gefahren Da wissen wir jetzt Bescheid Okay So geht es nicht Den Anhänger Den Anhänger Den würde ich Hier gerade Stehen lassen Anhänger lösen Weil da vorne Müssen wir eher Dann einen mitnehmen So Gucken wir mal kurz Ob wir hier Ich glaube ich bin halt In dem Automatik So gerne Weil Man damit ja Schneller fahren kann Und ich dann immer hoffe Dass man Hier jetzt gerade auch Ohne den Lastengang Vorankommt Und dadurch ein bisschen Schneller vorankommt Und dann quatsche ich immer Und dann vergesse ich das Manchmal So könnte es sein Aber ich glaube Viel Upgrades Hier für den International Haben wir jetzt nicht Die noch offen sind Oder Für den Paystar Da hat man jetzt glaube ich Eigentlich eine ganze Menge Hat man eigentlich alles Oder Oh die Gebiete hier Die Rufen Nostalgien auf So gucken wir mal Ja Siehste Es geht ja fast Ein bisschen zügiger Oh da können wir Hinten haben wir ja gleich Hier hinten Da vorne Haben wir ja gleich Einen Tankanhänger Sehr sehr gut Da können wir nochmal Auftanken Denn ich bin mir sicher Dass die Bergungsaktion Hier gleich Ordentlich Sprit verbraucht So Den ziehen wir da mal raus Dass der uns hier gleich Nicht groß im weg steht Einmal Einmal auftanken Einmal auftanken Hier gibt es Hier gibt es ein Weg Hier sieht es ein bisschen Flacher aus Aber Ja Das Chassis Berührt ja noch nicht mal Das Wasser Das Wasser Differential schnell aus Bevor wir hier Ordentlichen Schaden haben Das ist der Den ich meinte Das ist zwar Jaja Das ist trotzdem Noch ein Hochlader Aber Nee Warte mal Was Winde lösen Anhänger steht Zu weit weg Okay Ich wollte gerade sagen Was Warum geht der Jetzt hier nicht ran So Jetzt müsste es klappen Anhänger ankoppeln Ja Sehr gut Seht ihr Das klappt mit dem Viel viel besser Weil der auch eine Deutlich längere Deichsel hat Übrigens Ich bin jetzt gerade Mit meiner Frau Daran Und dass wir uns Ein Anhänger kaufen Meine Güte Gibt es ja viel Auswahl Ein Anhänger Was wollen wir 1,3 Tonnen Gebremst Ladefläche 2,50 auf 1,25 Also das ist das Mindestmaß Was wir haben wollen Oder was wir brauchen Weil Für meine Werkstatt Würde ich gerne Zukünftig Bei einem Großhändler Holz kaufen Und nicht Beim Hier Beim Bauhaus Und Obi Und sowas Das ist alles Viel zu teuer Viel zu teuer Und die Qualität Ist miserabel Aber der Großhandel Der gibt dir halt Der sagt halt einfach Ja du musst halt einfach Ein oder zwei Also Kannst auch nur Ein Brett kaufen Aber das ist halt Ein großes Brett Und das kleinste Brett Was der hat Ist 2,50 m 1,25 Das sind die kleinsten Bretter Wenn wir jetzt über Multiplex Und Siebdruckplatten Und sowas sprechen Und da habe ich gesagt Komm das Dann die Mindestgröße Die ich gerne hätte Und ja Und jetzt für den Hausbau Brauchen wir das auch noch Ja und worauf ich halt Eigentlich kommen wollte Ist Da lernt man dann auch sowas Was ist ein Hochlader Was ein Tieflader Ich dachte mal Tieflader Das ist da wo diese Großen Fahrzeuge Drauf kommen Das heißt Tieflader Aber Dass das was Damit zu tun hat Die Bauart Eigentlich War mir vorher Gar nicht Gar nicht Bewusst Auch wie die so Verarbeitet sind Da gibt es echt Große Unterschiede Moment Da will ich nämlich Gerade nicht reinfahren Also Baumstumpf Wenn ich da auch Nicht muss Ne muss ich nämlich nicht Genau Hier muss ich rein Zack Dann haben wir das auch Erledigt Sehr sehr cool Und Die Radarstation Das müssten wir ja Eigentlich nicht mit dem Aber was machen wir mit Mit dem International Verlorener Service Anhänger Okay Weil das können wir jetzt Hier gerade nicht machen Und Wir fahren Jetzt muss ich kurz überlegen Wie fahren wir da am besten Einmal komplett zurück Oder Das Upgrade Wollten wir holen Wir holen uns lieber Das Upgrade Lieber Nochmal Das Upgrade Nicht von der Anderen Seite Nö Hier machen wir das Lieber nochmal Das Upgrade Da bin ich nämlich Viel eher gespannt Was da drin ist Noch ein paar Minütchen haben wir Wir werden es wohl nicht Ja doch Wir machen das Wir ziehen das durch Dann wird die Folge Ein kleines bisschen länger Ist egal Aber Das Upgrade Das würde ich jetzt Ganz gerne noch mit euch Zusammen hier gemacht haben Und ich bin wirklich Das muss ich jetzt auch nochmal sagen Ich habe jetzt letztens gesehen Letztens Ich habe gesehen Als ich vorhin Oh das ist auch noch Ein gutes Thema Als ich vorhin schauen wollte Ob denn überhaupt schon Phase 3 Als Update Da ist Im Epic Store Also ich habe es ja Über den Epic Store Damals gekauft gehabt Und Na komm schon Und habe gesehen Wie viele Spieltage Ich denn jetzt hier schon Verbracht habe Im SnowRunner Und das sind Was stand da 4 Tage Und 20 Stunden Also Klar Ihr habt mehr Das weiß ich Darum geht es nicht Ich bin einfach nur Erstaunt darüber Dass ich so viel Spaß Mit diesem Spiel habe Und ich hätte das Wirklich Wirklich Nicht gedacht Damals Ich habe so lange Ja mit mir gerungen Ob ich das Spiel kaufe Ich bin jemand Der kauft sich nicht Einfach ein Spiel Sondern er überlegt Wirklich Könntest du lange Spaß dran haben Sind ja auch wieder Je nachdem 30 bis 60 Euro Und ist es dir das wert Ist ja immer so ein bisschen So ein hin und her Ganz kurz Wenn wir Wir nehmen den jetzt Bis hier nach da vorne Genau Wir nehmen den gerade mit Okay Das geht nicht Und ich hätte das Einfach nicht gedacht Dass mir das Spiel So viel Spaß macht Dass es nicht langweilig wird Ich habe absolut Keinen Hauch von Langeweile So viele Dinge Die man noch machen kann Die ich noch gerne machen möchte Und Da gibt es andere Spiele Wo ich durchaus schon Eher mal sagen würde Ja okay Das wiederholt sich aber jetzt Auch zum 20. Mal Ein und dieselbe Tätigkeit Hier wird da nicht mal Irgendwie was Neues Und Hier macht halt einfach So viele So viele Dinge machen Hier dieses Spiel aus Ne Dass Die Umgebung allein schon Die Umgebung ist So essentiell Sie ist nicht nur Look Sondern sie ist ganz viel Feel Man spricht zwar immer im Design Auch vom Look and Feel Als ein Begriff Aber Wenn ich jetzt irgendwie In einem anderen Spiel Oder Ja genau Also man kann es ja konkret Zum Beispiel im Landwirtschaftssimulator Sagen Im Grunde ist es egal Wer auf welcher Karte Du spielst Spielt keine Rolle Ist für das Für das Für das Feeling irgendwie Hab ich so das Gefühl Geht mir so So Moment Den Anhänger Den Koppeln wir jetzt Hier Und Wenn wir das nächste Mal Zurück fahren Nehmen wir den einfach Nämlich mit Dann können wir den Direkt am Anhänger Shop Wo wir dann den Großen Anhänger holen Können wir da stehen lassen Und Unter Feeling Bezweifel Bezeichne ich gerade So diesen Ja so die Herausforderung Die Schwierigkeit Die Neuerung Und das ist hier alles Das ist so essentiell Ja Oh In Alaska ist alles viel schwerer Brauchst du ganz andere Fahrzeuge Und das ist alles Großartig Großartig Wie sie das alles hinbekommen haben Und im Landwirtschaftssimulator Ist das egal Das ist jetzt kein Kritikpunkt Ich will nur sagen Man merkt Dass es da einfach Unterschiede gibt So Jetzt muss ich mal gucken Kann ich hier überhaupt Ja Kann ich Ja Und deswegen Hier Ist noch lang Nicht langweilig So Welches Upgrade Haben wir Für Welche Trucks Sind das Ähm Western Star Für den Caterpillar Oh Oder für die Caterpillar sogar Nice Für den Twin Steer Äh Nicht so mein Favorite Aber Cool Sehr schön Das freut mich Dass wir jetzt nochmal Das Upgrade hier Haben Und ich sag damit Vielen vielen Dank Fürs Zuschauen Hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht Ich werde gleich nochmal Eine Aufnahme machen Ich hab Bock Ich hab Bock Wir machen dann das nächste Mal Die Radiostation Und hier die großen Rohre Das werden wir holen Ich sag auf jeden Fall Vielen vielen Dank Fürs Zuschauen Macht's gut Bis dahin Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal